HITRADIO FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython 73 und Echse, eure Tierfluencer! Heyo Leute! Was geht? Heute beobachten wir für euch ein extrem unbeliebtes Tierchen. Es handelt sich dabei um den Spielverderbbär. Genau! Ich kenne wirklich keinen, der so ein Tier sein will. Schon in seiner Kindheit bekommt man immer wieder gesagt, sei kein Spielverderbbär. Jo Mann! Der Spielverderbbär ist nämlich das komplette Gegenteil vom Gute-Laune-Bär. Er verdirbt allen den Spaß und missachtet ständig irgendwelche Regeln. Und jetzt mal Real Talk! Der Spielverderbbär ist auch nicht stubenrein, denn man erwischt ihn häufig beim Bescheißen. Das Tierchen ist übrigens nachtaktiv und kommt erst am Spieleabend raus. Dann heißt es für alle Spitzpass auf! Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf MoodTube. See you! Und denkt dran, reinschauen rentiert sich! HITRADIO FFH. Tierisch gut. ART 6 10 10 10 11 100 11 11 Vielen Dank.